La 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 Oh 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 Na gut, hier die Mine, die erledigt das alles schon Erstmal wieder sammeln, sammeln, sammeln Und dann pflanzen, pflanzen, pflanzen Na komm schon Zack, 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 zack Dam, dam Denn du machst es schon kaputt, ja Damit ich hier was aufbauen kann Sonst kann ich doch nichts aufbauen Ich setze mal ganz gern vorne die weniger wertvollen Pflanzen Ist ja logisch, weil sie angeknabbert werden Was tut er nicht so weh? Jedenfalls mir nicht Ich werde ja nicht angeknabbert von den Zombies Oh mein Gott So So, so Na los, komm schon Da machen wir noch eine Mine hin Zum bösen Spiel Da merkt man wieder mal, wie viel Schwachsinn man redet, wenn man so drauf losredet Da müsst ihr jetzt durch Das müsst ihr jetzt ertragen Ja, das müsst ihr tun Zack, machen wir schnell da noch einen hin Hoch So langsam wird's hier was mit unserer Verteidigung Und man sieht schon, der wird immer langsamer Gut, Sonnenblumen haben wir voll Oh oh Und da noch schnell einen hin zum Verlangsamen Und hier Gut, jetzt sind wir schon mal ein bisschen gesaved Und da kommt gleich die erste Welle Oh oh Zack Das braucht man eigentlich erst, wenn einer kommt Wenn einer kommt Mal gucken, ob einer guckt, ne Und da kommt schon wieder ein Verkehrssütchen-Zombie Doch den kriegen wir klein Ja, das wird so sein Ja, das wird so sein Diese Musik ist so bedreißend Und ich nerv sicher Juhu Da kommt schon wieder ein Verkehrssütchen-Bombie So, komm Herr mit der Welle Ich will gucken, ob meine Verteidigung klappt Aber wir können eigentlich hier noch ein bisschen mehr aufbauen Und dann geht's schneller Je schneller die jetzt kaputt gehen Umso schneller Sind wir mit dem ersten Gesamtlevel durch Und umso schneller Auch mit dem Zwischenspiel hier Es sei denn, ich hab noch mehr Lust, das zu spielen Dann müsst ihr damit durch Ähm Hier, komm Springt darüber Zack So Dann haben wir die erste Welle auch gleich Dem haben die schon gar nichts mehr entgegenzusetzen hier Na komm schon Damit haben wir im Grunde genommen schon den Sieg davon getragen Ihr bekommt mein Gehirn nicht Würde euch noch gar nicht schmecken, glaube ich Die, die, die Ah, ich muss gleich wirklich aufhören Ich muss die Sounds wieder einstellen Die sagen doch schon jetzt immer Brains Brains Oh, und dann gibt es noch Moment Können wir das mal eben hier machen Mal eben gucken Moment Zip, 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 zip Ähm Ha, hat funktioniert Falls es euch aufgefallen sein sollte Haben alle einen Bart bekommen Man muss dann Mustach Heißt das, glaube ich Also Mustache Eintippen Und auf Enter Und schwupps Kriegen sie einen Schnauzbart Das geht auch, glaube ich, noch Dass man Disco-Zommies bekommt Aber ich habe jetzt vergessen Was man da eintippen muss Oh, jetzt haben wir schon so viele Komm, wir setzen noch mehr Viel mehr hier hin Und komm, zack Wir wollen jetzt mal alles beschleunigen Zack, zack, zack Bumm, aus Komm, letzte Welle Wir haben noch keine Zeit So Eine riesige Welle von Zombies nähert sich Überraschung Uh Nein Tatsächlich Warum hat der denn keinen Bart hier? War wahrscheinlich die Grafik zu aufwendig für Und den Ton habe ich nicht getestet Schön blöd So, komm Jawohl Die li 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 Und Du hast eine neue Pflanze Den Schnapper Verschlingt einen Zombie Ist aber während des Kauens hilflos Eher überflüssig Benutze ich ganz selten Ganz, ganz selten Eigentlich so gut wie gar nicht Oh, oh Hier haben wir schon den Eimer-Zombie Der braucht richtig was auf der Mütze Und hier geht es schon los Jetzt haben wir so viele Pflanzen Dass sie hier oben nicht mehr reinpassen Jedenfalls nicht alle Also müssen wir wählen Und in dem Fall ist die Wahl ganz klar Sonnenblume Zack, 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 zack Und dann haben wir es Noch ist es einfach die Wahl Aber man sieht Oh Es sind noch viele Pflanzen Die hier auftauchen werden Ähm Aber bis dahin Machen wir jetzt hier erstmal einen Cut Ja, machen wir Passt gerade gut Ähm Ob ich jetzt hier weiterspiele Müssen wir mal schauen Also bis jetzt ist es für mich Nur ein kleines Zwischenspiel Weil ich echt mal wieder Lust hatte Pflanzen gegen Zombies zu spielen Und ähm Bis dahin sage ich erstmal Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Alles Liebe wünscht euch Lissi Tschüss Tschüss